Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich mache immer Vollplayback von Wolfgang Petry, immer Tatua. Das bedeutet, dass ich Vollplayback mache und ich mache auch verschiedene Hochzeiten und verschiedene Geburtstagen und überall mache ich so ein bisschen halt meine Show. Wenn ich im Musikpark gehe oder bei DJ Erwin in Hofbiber und Umgebung und da stelle ich mich auf die Bühne und er macht voll die Musik drauf von Lieben verloren oder Wahnsinn und so weiter und dann tue ich das dann nach emittieren. Bedeutet, mache ich Vollplayback schon. Haben Sie ein gutes Gefühl beim Casting? Beim Auftritt habe ich ein sehr gutes Gefühl. Da muss ich auch noch Monitoring hinterher auch noch mal emittieren und von Monitoring habe ich hinterher auch noch mal nach emittiert. Das wollen die halt mal haben. Die wollen mal mich testen, da sie auch andere Lieder kann oder nicht. Dann habe ich gesagt, ich möchte auch noch griechischer Wein noch singen von Uri Jürgens und er hat gesagt, nee, das geht nicht, weil da noch Leute sind. Die wollen auch noch dran und es ist schlecht. Ja. DICHT こと we w w quer